Und damit jetzt willkommen zurück zu Colo Juárez Zicartel. Ja, ja, wir haben alles. Ich wusste nicht, wo er weitermacht, deshalb habe ich jetzt einfach mal aufgenommen frühzeitig. Servus! Missionslobby, Einzelspieler, KI, KI, Fisch. Weiß ich noch nicht. Ich habe 2,92 FS und eine AK. Und wir wissen ja schon, dass wir andere Waffen auswählen können. Alter, ist die scheiß Maus langsam. Aber noch keine andere Knifse zumindest, also keine andere Großkaliber, sage ich jetzt mal. Das Interessante für mich ist doch, glaube ich, erstmal die Dragunov hier. Gut. Gestern standen sie andersrum. Wenn du bereit bist, steige in den Wagen. Verlasse die Lobby, um die Mission zu starten. Ich würde sagen, let's go. Keine Ahnung, was uns erwartet. Keine Ahnung, wie lange das Spiel ist. Keine Schirmer von Garnix. Drücke W und S zum Beschleunigen und Bremsen. Rechte öfter aus der Stadt raus. Diese Berge haben schon mal so viele Bäume gesehen. Perfekt für eine Marihuana-Plantage. Der Sequoia-Nationalpark. Wieso habt ihr die EA-Jungs dem FBI nichts gesagt? Wolltet ihn rum wohl allein? Wir dachten, ihr verbockt's. Und dein Boss ist nicht sauer, wenn wir seinen Fall abfackeln? Uns hängt man das Feuerchen ohnehin nicht an. Nein, sondern Aranha. So ist es jedenfalls geplant. Wir fackeln also die Haschfelder von Vatoloko ab und hinterlassen Hinweise auf Aranha. Glaubst du echt, die Vatos gehen auf Aranha los? Wenn jemand deine Millionen abfackelt, möchtest du dich dann nicht rächen? Wir glauben das. Okay, wir fackeln jetzt also eine Hanf-Plantage ab. Müsste Hanf nicht hier legal sein? Äh, hier. Rechts. Weißt du wirklich, wo's lang geht? Autofahren ist hier ganz seltsam. Das erinnert mich ein bisschen an, äh, Far Cry 3 war's, glaub ich. Ja, aber die werden doch hier sein, oder? Wir fahren übrigens einen Escalator oder sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Offroad-fähiges Fahrzeug. Und hier wird ja auch jemand sein. Also irgendwie ergibt die ganze Story hier bisher sehr wenig Sinn. Ich gebe übrigens gerade kein Gas, ne? Ich rolle seit ungefähr einer Viertelstunde. Naja, gut, wenn ihr meint. Okay. Die Synchronisation ist halt wirklich komplett für den Arsch, ne? Okay, wir fassen mal kurz zusammen. Wir sind irgendwie, äh... Ich kann mich nicht lehnen. Das stört mich. Ja, okay. Verdammt. Okay. Bisschen beunruhigend. Also erstmal Hands down, ne? Wir sind die Polizei im Endeffekt und wir denken uns entspannt. Halt den mittleren Maustag, um den beidhändigen Modus zu wechseln. Okay, brauche ich übrigens nicht halten. Kann ich einfach nur einmal tippen. Spannend. Das stand da aber nicht. Also wie gesagt, Polizeiaktion hier und, äh, wir wollen uns auf irgendwelche anderen Gangster, äh, schieben. Also bringen wir hier einfach ein paar Leute um, zünden irgendwas an und sind dann weg. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so ganz saure Einmittlungsarbeit. Aber wir sind immer noch in den USA, ne? Also hier ist alles möglich. Ihr seht noch gar nichts. Und ich seh auch noch nichts. Ah, jetzt. Scheiße. Sag ich doch, das ist das Paradies. So viel Gras. Können wir das alles abbrennen? Es muss nur genug sein, um die Typen zu ärgern. Seht ihr die Zelte? Anscheinend lagern sie da ihre Ernte. Wenn wir zwei davon anzünden, sieht man den Rauch meilenweit. Der Feuerwachposten am Bolt Mountain ruft die Feuerspringer auf den Plan und die Forstverwaltung erledigt den Rest. Dann los! Okay. Wir arbeiten mit den Lookouts. Feierlookout finde ich auch ziemlich cool. Ja, danke. Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen und ich werde es im Blut meiner Feinde behalten. Okay, ich habe Kuh, äh, auf Kuh, äh, meine Fresse, Alter. Ich habe auf Kuh so einen Modus, wie im alten Spiel quasi. Hier lebt dann auch einer, oder? Ist die echt alle tot? Kann ich gar nicht glauben. Kann ich gar nicht glauben. Ich glaube, der ist tot. War er nicht? Ich korrigiere, ist er immer noch nicht. Meine Füllenpresse. Nein. Gerade nicht mehr, aber da oben bestimmt. Servus. Hirn-OP. Schnauze. Wie haben wir uns das vorgestellt, die abzufackeln? Ziel, bringe die Sprengladung in den Zelten zur Explosion. Bruder, was für eine Sprengladung. Wir wollen die abfackeln, nicht in die Luft jagen. Och Gott, wie viele Sachen wollen wir noch tippen? Hm, weiß ja nicht, Bruder. Können unsere Freunde auch was machen? 4, 2, 7, 1, 8, 8, oder so? Wow, das ist guter Stoff. Dara, nicht einatmen, verdammt. Er ist schon high, oh Mann. Sprühen wir noch die Logos und dann weg hier. Sehr unauffällig. Also sehr glaubwürdig auch, dass die einfach hier irgendwelche Logos hinsprühen würden. Ich dachte, dass wir das vorher gemacht haben, als wir noch nicht high waren, Alter. Ach, scheiße, da hinten habe ich eins verpasst. Wäre ja deutlich grüger gewesen eigentlich. Gut, aber ich meine, wir fackeln hier einfach irgendeine Plantage ab, ne? Das ist jetzt auch nicht so klug. Oh, die Abfahrt. Guck, das ist jetzt noch ein Gegner, oder? Okay. Ich hatte erwartet, dass uns jetzt Gegner erwarten. Ich ganz ehrlich. Weil die werden ja mitgekriegt haben und ihre Freunde, die wir hier gerade abgeknallt haben, werden ja mit Sicherheit... Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert. Werden ja mit Sicherheit auch um Hilfe gerufen haben. Bisher muss ich sagen, ist dieser Zeitlupen-Modus ziemlich nutzlos. Gefällt mir noch nicht so gut. Ja, komm, das helft nochmal welche, oder? Bisher ist das Spiel interessant, aber seltsam. Schnauze. Du hast sie erwischt. So. schnauze ja jetzt entschuldigt ich glaube die bären sind dieses jahr früh unterwegs ok weiter zum pano weiterzumachen oh gott alter ok die haben jetzt auf einmal helikopter der hier sehr tief durch den scheiß fährt er fliegt das stimmt wohl ihr macht die kalt danke mache ich keine sorge ach wirklich ok bruder ich habe nicht erwartet dass sie uns aufhält nachdem wir durch fünf zäune fahren konnten ok weiter kommen wir mit dem wagen nicht wir müssen zu fuß zum fluss laufen ja mach doch ich habe schon auf die geschossen möchte ich anmerken fantastisch ja dann mal auf ne ich muss sagen marioana fälle abbrennen ist ja spannende aufgabe ok ok also die äh kommentare werden auch nicht cooler schade muss sagen ich sehe hier legitim wäre wenig also es ist hier ein bisschen zu dunkel zum kämpfen finde ich so ein bisschen viel gegen licht aber wir kämpfen ja ungefähr an der ungünstigsten stelle ich finde auch gut dass wir als polizist selbstverständlich einfach mit der AK kämpfen und zwei granaten gefunden alter gut gut jetzt wir kommen näher und keine ahnung er antwortet nicht ruf nochmal an wer sind diese ärsche das wissen wir gleich wer traut sich uns auf die pelle zu rücken sieh nach ob die straße frei ist keine sorge die straße ist frei keine sorge die straße ist frei habe ich also die putos erledigt jetzt mit granaten schade scheinbar häufiger ich glaube ich habe eh gerade in den Kopf geschossen aber es ist zugegangen die schießen auch gefühlt nur über uns schade ist er tot? ja das denke ich mir bei dir auch die ganze zeit schon und ich sah ein fahles pferd und der darauf saß sein name war tot und da hat er eine kugel mit deinem namen darauf ein bisschen konzentration hier im wald habe ich? das war wohl der letzte ich verlasse mich einfach darauf was sie sagen ne weil ich sehe hier legitim sehr wenig wir sind ja schon mitten in den Feldern wo denn links? den sehe ich ja ich gesagt nicht mehr Junge verlaufen alter ok sind also noch live? ne ist sowieso nicht ok ehre wir haben ganz schön welche Munition für die Pistole ne? ich weiß nicht ob der ja noch alive ist ich weiß nicht ob der ja noch alive ist aber sehr schön freund ohne dir zu nahe treten zu sein du bist der einzige wechseln wechseln gp100 was ist denn eine gp100 oh eine revolver nice das sehen würde ich tatsächlich gerne ausprobieren Junge ich sehe hier nichts drin ne? also ich habe jetzt noch keine ahnung ob man irgendwelche Sachen hier finden kann Munition oder so also einfach so rumliegend bisher sieht es für mich aber nicht so aus dementsprechend ignoriere ich das auch erstmal so und ich denke ich kann abhauen achso wir müssen noch die scheiße ver- so mal die Logos wohin? wohin? danke dass du nach zwei Stunden auch mal markierst wo wir hin sollen meine Fresse ey Junge 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 äh es geht hier noch weiter hoch sollen wir noch weiter hoch? wahrscheinlich ne? wahrscheinlich kommt gleich der Heli wieder und wir können nicht weiter runter oder so ich finde auch gut dass er sagt mal die Logos und ich bin legitim der einzige der Logos malt oder die malen sind irgendwo wo ich sie nicht sehe ich gehe zum Haus des Försters und zerstöre das geheime Chemielabor was Bruder? was für ein geheimes Chemielabor wussten wir darüber Bescheid? McCall Detective es geht um Agent Guerra ich bin ganz hoher die Dienstaufsicht der DEA überprüft ihn na sowas er wird verdächtig konfiszierte Drogen zu klauen und wieder auf die Straße zu bringen er scheint Spielschulden zu haben und? weil wir glauben dass er etwas mit dem Bombenanschlag auf das DEA Gebäude zu tun hat gibt's Beweise? nein aber die brauchen wir also behalten sie ihn im Auge und vertrauen sie ihm nicht Agent Barresi von der DEA Dienstaufsicht meldet sich bei ihnen sagen sie ihm was sie wissen ok ich vermute jetzt mal ganz hart ne? die beiden haben auch einen Tipp gekriegt dass sie uns überwachen sollen eher sie oder so mal ganz grob geschätzt schön auch dass wir alle gleichzeitig telefoniert haben I smell Bullshit erstmal misstrauen im Team streuen Dixon aha so so irgendwie hab ich das Gefühl dass die Dixon nicht unbedingt so ne gute ist Waffen, jede Menge Waffen verreckt doch ich glaub die macht einfach deutlich mehr Schaden irgendwo war hier dann noch einer oder? da? da aber der hatte Gewehr Munition glaub ich ja ich sollte mehr mit dem Gewehr schießen ne? ausweichen können wir glaub ich nicht so wie er das gerade eben cool gemacht hat also ne Rolle und sowas ich glaub mir hier so ein bisschen in Deckung falls hier gleich wieder 80 Leute kommen und 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 da wenn wir dich nicht decken würden wärst du schon durch Löcher ja ich dachte ihr habt den gekillt endlich gesagt ja mit dir legt man sich besser nicht an Wir haben hier auch, weil sie keine Pistolen-Munition haben. Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert. Das war nur zwei Junge. Einer hat eine Granate gerorfen sogar, aber hier sind es safe wieder welche. Na, kläre das jetzt nicht. Ist mir hier viel zu offen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir uns erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!